Das Verrückteste, was mit Fähnen auf die Bühne geworfen hat. Mein Gott, ich weiß es gar nicht. Was ist das wunderschönste? Wir hatten Bras auf die Bühne, das ist natürlich das, was die Leute bekommen. Aber sie hatten Details, wie eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer und all diese Dinge. Ich habe mich mit etwas, und ich habe mich im Hintergrund gesehen und es war, ein guter Papier, ein Bild. Und es war ein Bild, jemand wollte mich zu treffen, und es war hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Sie sind die beste Musik an diesem Moment. Ja, ja, wir sind nicht. Die Musik ansteigt, was das immer auf dem Platz onsteig? Was er, war von einem anderen Person. Und es war Flashes, und Läten, und... A God. Soos. Soos, vielleicht. Ja. Ich habe den ganzen Punkt, auf der letzte Hitze, der letzte Zeit, derrocketst beim Pukkelpop in Holland. Das war wirklich weird und wirklich, wirklich cool. A leak. Somebody threw a leak on stage. Es war einfach so ein Vegetable. Es war einfach so, für drei oder vier Shows. In der Czech Republik, das Guy kept coming. Und in Switzerland. Und in Prague, ja. Ich erinnere mich in Prag, doch. Warum sind sie ein Leaks auf dem Stage? Es war gut, doch. Wir ate es, nach der Show. Aber wir hatten all kinds of stuff. Fireworks, drugs. Lots of underwear, lots of undergarments from men and women. Clean, dirty, used, abused, all of the above. I also got a big chunk of keys in my face once. Somebody lost their keys and some punk in the audience thought it would be a really good idea to throw them up there. So I could say, hey, who lost their keys? And hit me right in the face. Almost broke my nose. It was towards the end of the concert. I look down at my bass and I feel this thump in my chest like I got punched. And I was like, that's unusual. And I look and trapped between my bass and my body is a frozen water bottle. Now I don't know how he got it frozen. Yeah, we get shoes and then after the show people complaining they're missing a shoe. I've lost my shoe. Why did you throw it on stage? I always get hit by size 13 shoes. Like ugly, big shoes. I don't know why they always come my way. But the water bottle is like, where did you get the power to freeze this? Stupid. Stupid. Stupid.